Leute, ich kann die scheiß Blumentapete nicht mehr sehen, wir brauchen, könnt ihr mich überhaupt sehen? Scheiße, bam. Leute, start it from the Blumentapete, know we here and we start to the Steintapete. Wir machen nur einen Hintergrund für YouTube, ich kann die scheiße nicht mehr sehen, das muss weg. Ich habe jetzt auch wieder ein paar Tage kein Video gemacht, ja, ich war ein bisschen bei Amazon, habe mir so Gedanken gemacht, was wir hier machen können, da es irgendwie ziemlich scheiße aussieht, auch da die Wand, ich schwenke mal kurz rüber. So, da machen wir mal alles, machen wir alles anders, reißen wir den ganzen Wechs hier mal ab und dann werden wir auf jeden Fall, Leute, kennt ihr das? Ihr reißt die Tapete ab und dann habt ihr dieses Papier da drunter, richtig geil, da freut man sich dann richtig, wenn man dann mit dem Gerät hier alles abkratzen darf, richtig geil, da freue ich mich jetzt schon mega drauf, ich werde ja richtig Spaß haben, ja, richtig geil. Auf jeden Fall machen wir einen neuen Hintergrund, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, wundert euch nicht, wenn jetzt mal nichts kommt, bis nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, ich glaube, dann habe ich das auch fertig, ich mache mal so langsam, ich habe ja auch noch andere Sachen im Leben zu tun, ich reiße den Scheiß jetzt hier ab, da machen wir die neue Tapete drauf und dann habe ich auch noch was Cooles gekauft, seid auf jeden Fall gespannt, gucken wir mal, wie das aussieht, aber das ging gar nicht mehr, das können wir nicht mehr lassen, Leute, das passt auch nicht mehr hier so hin. Ich wollte mir erst so eine Cannabis-Tapete holen, so richtig, so eine Fototapete, Mann, wäre auch geil gewesen für eine Ecke, wer weiß, aber ich habe Angst, dass ich mich da irgendwann dran satt sehe und die wäre auch schon ziemlich prägnant gewesen, also echt so aufdringlich, ne, da hätte man dann jetzt nicht nur irgendwas dazu hängen können oder stellen und von daher denke ich mal, ja, so Leute, ich wollte euch nur Bescheid sagen, ähm, ne, wir sind von der Blumentapete jetzt next step to Steintapete und, ja, gucken wir mal, wie das hinterher aussieht, ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid auch gespannt und dann, äh, ja, weg mit den Blumen, ne, weg mit den Blumen und, äh, ja, lasst euch überraschen und wir sehen uns im nächsten Video, äh, CBD hauen wir noch raus, wir haben noch zwei geile Sorten, denkt dran, äh, Pistachio-Kusch und, was haben wir noch, Gorilla Glue, ich weiß noch gar nicht, ob, ob, ob es in dem Shop gibt, aber ich hab's schon, dann testen wir es auch mal, ähm, aber vorweg, alle Blüten sind geil von keiner hält, muss man wirklich sagen und, äh, ja, Leute, wartet mal ganz kurz, ich hab eine Überraschung. Cannabis-Rezepte, Leute, freut euch auf das ein oder andere Video, ich mach jetzt Schluss, haut rein, wir sehen uns dann im nächsten Video und ich wollte euch nur so ein kurzes Feedback geben, was hier grad abgeht, weil manchmal melde ich mich ja auch eine Zeit lang nicht und das will ich nicht mehr so machen, damit ihr wisst, was los ist. Haut rein, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich freu mich schon, aber ich hab grad gar keinen Bock, die scheiß Tapete abzureißen, deswegen verpisst euch.